Und Leute, heute ist der zweite, gehen sofort rein. Wir verlieren gar keine Zeit und wie ihr merkt, habe ich auch ein neues Mikro. Aber was heißt neues Mikro, das habe ich schon ewig, aber ich dachte mir, vielleicht ist die Qualität ja besser. Heute habe ich leider nicht so viel Zeit, deswegen machen wir das schnell auf. Hoffentlich. Uh, wie wir sagen, guter Sechskant mit einem kleinen abgerundeten hinten. Was ich immer sehr geil finde, ehrlich gesagt, weil ich bin eh so ein Typ, der Schrauben nie gerade anziehen kann. Von daher kann ich jetzt sagen, ich habe das immer so gewollt extra. Natürlich auch wieder mit Engelbert Strauss. 4.0 sogar, krass. Gehen wir davon aus, das ist die Größe, wa? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns morgen oder beim Backup-Kalender oder beim Kalender davor, ihr wisst Bescheid.